Begibt man sich heute in die Wilhelmstraße, so fällt es schwer, sich eine Vorstellung von diesem geschichtsträchtigen Straßenzug zu machen. Denn das Erscheinungsbild wird von einer Plattenbausiedlung aus den 1980er Jahren dominiert. Da die modernen Großblöcke die historische Grundstücksaufteilung ignorieren, wird die Spurensuche zusätzlich erschwert. Die um 1730 angelegte Wilhelmstraße war ursprünglich von palastartigen Wohnhäusern des Berliner Adels geprägt. Doch im 19. Jahrhundert zeichnete sich ein Wandel zur Behördenmeile ab. In den Palais siedelten sich zunehmend Verwaltungs- und Regierungsämter des Königreichs Preußen an. Nach der Reichsgründung 1871 kamen diverse Staatsministerien hinzu, sowie die Wohnung des Reichskanzlers mitsamt Kanzlei im ehemaligen Palais Ratscivil. Die Straße avancierte zum Regierungsviertel. Diese Tradition fand ihre Fortsetzung in der Weimarer Republik. Ja, die Wilhelmstraße wurde nunmehr zum Zentrum der Macht. Denn mit dem Zusammenbruch der Monarchie 1918 hatte das Berliner Stadtschloss als Residenz des Deutschen Kaisers seine Funktion verloren. Und das neue Staatsoberhaupt, der Reichspräsident, bezog in der Wilhelmstraße 73 im Schwerinschen Palais Quartier. Seit 1925 übte Paul von Hindenburg das Amt aus. Hier sehen Sie ihn im Garten seines Dienstsitzes. Er hob Hitler im Januar 1933 in das Amt des Reichskanzlers und sorgte wenig später mit den von ihm erlassenen Notverordnungen im Zuge des Reichstagsbrandes für die Aushebelung der Weimarer Verfassung. Nachdem das Parlament bereits im März 1933 ausgeschaltet worden war, verschwand mit dem Tod des Reichspräsidenten im August 1934 auch noch dessen Amt. Während die auf dem Foto gezeigte Beisetzung Hindenburgs im ostpreußischen Reichs-Ehrenmal Tannenberg mit großem militärischen Pomp eine öffentlichkeitswirksame Ehrbezeugung darstellte, war die innenpolitische Ausnutzung des Todesfalls alles andere als vornehm abgelaufen. Noch am Tag vor Hindenburgs Ableben beschloss die Regierung ein Gesetz zur Fusion von Reichskanzler und Reichspräsidentenamt. Hitler vereinigte fortan als sogenannter Führer und Reichskanzler institutionell alle Macht auf sich, ohne dass ihm weitere Verfassungsorgane hinderlich werden konnten. Und Reichswehrminister Werner von Blomberg setzte ohne Zwang gleich noch eins drauf, indem er die Reichswehr sofort am Todestag von Hindenburg auf Hitler vereidigen ließ, womit ein weiterer, entscheidender Schritt zur Konsolidierung des NS-Regimes vollzogen war. So erreichte die Wilhelmstraße in der NS-Zeit ihren machtpolitischen Höhepunkt und die Reichskanzlei als Hitlers Amtssitz wurde zum Synonym des totalitären Regimes. Hier sehen Sie ihn beim Abschreiten einer Ehrenformation vor der alten Reichskanzlei im Rahmen eines Neujahrsempfangs, den das deutsche Staatsoberhaupt traditionell ausrichtete. Einer der wenigen erhaltenen Vorkriegsbauten liegt auf der Straßenseite gegenüber von ihnen, das heutige Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Das nach dem Krieg vereinfacht wieder aufgebaute Gebäude stammt von 1899 und diente zunächst als Sitz des geheimen Zivilkabinetts von Kaiser Wilhelm II. In der Weimarer Zeit unterstand es dem preußischen Staatsministerium und beherbergte die Arbeits- und Wohnräume des preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun von 1922 bis zu seiner Entmachtung durch den sogenannten Preußenschlag 1932. Mit diesem Putsch hatten Reichspräsident Hindenburg und Reichskanzler Franz von Papen auf Basis des Notverordnungsrechts die letzte sozialdemokratisch geprägte Landesregierung im Deutschen Reich bereits vor der nationalsozialistischen Machtübernahme gestürzt. Ab 1934 wurden leitende Dienststellen der NSDAP hier ansässig, wie die Berliner Außenstelle des Stellvertreters des Führers Rudolf Hess. Nach dessen mysteriösem Flug nach Großbritannien im Jahr 1941 übernahm Martin Bormann die Chefposition in der neu gegründeten Parteikanzlei, die das Gebäude fortan nutzte. Dieser enge Mitarbeiter Hitlers war an wesentlichen Entscheidungen zur Judenverfolgung und dem Holocaust beteiligt. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann abonnieren Sie doch unseren YouTube-Channel. Vielen Dank!